Ahoi Leute und herzlich willkommen zur Review von Black Clover Folge 49 und heute mal vor der Kamera, weil diese Folge einfach krass geil war. Leute, mehr kann ich dazu schon zu Beginn nicht wirklich sagen. Diese Folge steht wirklich außen vor. Im Vergleich zu allen anderen Black Clover Folgen, die wir jemals hatten, ist das schon eine der besondersten Black Clover Folgen gewesen, kann man ganz klar sagen. Nicht nur anhand des Inhalts, denn eigentlich beziehe ich mich ja immer auf den Inhalt, das heißt ich rede hauptsächlich über das, was geschehen ist, weil die Animationen im Black Clover, Leute, die sind nicht sehr sehr gut. Machen wir uns nichts vor, die sind durch die Bank nicht gut gewesen in der kompletten Serie. Natürlich gab es Folgen, die mal okay waren, aber aufs Gesamt gesehen ist das nicht wirklich gut gewesen, was wir hier abgeliefert bekommen haben. Und deswegen müssen wir heute mal ganz besonders über die Animationen in dieser Folge reden, weil die einfach so herausstechen. Einfach so herausstechen und ich wünsche mir persönlich, es wäre immer so gewesen. Denn man muss über die Animation sagen, dass hier wirklich alles gegeben wurde. Ja, es wurde einfach alles gegeben in dieser Folge. Die Animationen hatten fast keine Schwächen. Natürlich, es gab ein paar Szenen aufs Gesamte gesehen. Aufs Gesamte der Folge gesehen waren es vielleicht, lass es 30 Sekunden gewesen sein. Die nicht so krass animiert waren oder sagen wir es besser, die so wie immer animiert waren. Aber der Rest war einfach richtig gut. Besonders die Kampfszenen waren mega gut gemacht. Am Anfang der Folge, in der Mitte der Folge, auch am Ende der Folge mit Yami war das einfach mega gut, Leute. Ja, also ich bin hier wirklich gesessen und habe gedacht, was geht ab? Was ist hier los? Das ist doch nicht das Black Clover, was ich kenne. Und viele von euch hatten mich auch schon angeschrieben, mir in den Streams Bescheid gesagt. Ey Kev, hast du die Folge schon gesehen? Hast du schon gesehen, wie krass geil diese Folge war? Ich habe mir natürlich gedacht, okay komm, da ist die vielleicht vom Inhalt jetzt ein bisschen krass. Habe mir natürlich auch gedacht, ich kenne den Inhalt, ich weiß was passiert. Ich habe den Manga gelesen. So krass wird mich das Ganze nicht flashen. Aber es war nicht nur der Inhalt, Leute, der auch on point war. Es war Action pur, also es war nicht großartig Story, es war einfach nur Action, Geballer pur. So wie ein finaler Endkampf in einem Arc eben sein sollte. Aber was eben so besonders war, weshalb ihr mich auch angeschrieben habt und mir Bescheid gesagt habt, war natürlich die Animation. Es war einfach die Animation, die wirklich so gut war. Und es fängt wirklich bei kleinen Sachen an, wie zum Beispiel die Details bei den Charakteren in den Gesichtern. So detailliert habe ich noch nie Charaktere von Black Clover im Anime gezeichnet gesehen. Und das hat mir einfach ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ich habe mir einfach gedacht, geil, 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 so hätte es von Anfang an sein müssen. Und das wirklich durch die ganze Folge gezogen. Asta, ganz besonders natürlich, weil der im Fokus war, den hat man unglaublich detailliert gesehen. Veto, ja, den Antagonisten, der hat auch, der hat, der hat, ja, sage ich jetzt mal, Emotionen in seinem Gesicht gehabt. Die hat man so die ganze Zeit noch nicht gesehen, weil in den letzten Folgen, ja, waren seine Animationen, sage ich jetzt mal, einfach nur, ma, 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 fertig, war. So, ne, nicht sonderlich gut. Aber in dieser Folge war es einfach unglaublich gut. Man hat die Details gesehen bei der Wut, bei dem Zorn, bei dem Hass oder auch bei Asta, bei dem, in den Momenten, in denen er nicht aufgeben wollte. Einfach richtig gut. Auch bei Finral und bei Vanessa hat man das sehr, sehr gut gesehen, dass hier sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben wurde. Natürlich dann auch beim Kampf selbst, auch bei dem Fernaufnahmen, als wirklich das Geballere richtig losging, war einfach on top. Es war einfach mega krass, Leute. Also es war nicht zu vergleichen mit irgendwas, was wir je hatten. Viele sagen natürlich, der Kampf von Yami gegen Licht war schon ähnlich, aber, ne, Leute, nein, 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 nein. Ganz anderes Level. Ganz, ganz, ganz anderes Level, was wir hier bekommen haben in dieser Folge. Und ich frage mich, wieso? Wieso so plötzlich? Hat die Ankündigung, dass Black Clover im Oktober weitergeht, was damit zu tun? Will Piro jetzt vielleicht doch Black Clover mal selber in die Hand nehmen? Trotzdem muss man auch sagen, diejenigen von euch, die die neueste Folge von Boruto gesehen haben, die werden vielleicht einen kleinen Verdacht haben. Denn die neueste Boruto-Folge war im Verhältnis auf Boruto gesehen ziemlich beschissen animiert. Ja, also die war nicht sonderlich gut animiert. Die Black Clover-Folge hingegen war godlike animiert. Also hätten wir Black Clover immer so animiert gehabt, wie in dieser Folge, ich sag euch, Leute, niemand hätte sich jemals über die Animation beschwert. Und das Beste ist ja, wir sehen, Piro kann es. Das Studio kann es. Es muss es nur wollen. Und das ist so traurig, Leute, dass halt über die Gesamtheit der Serie bisher gesehen, das Studio offensichtlich nicht wollte. Aber wir haben jetzt gesehen, dass es kann. Dass es kann, wenn es nur will. Denn diese Folge war einfach on point. Sie war einfach nur unglaublich gut animiert. Hat mich mega gefreut, dass wir so eine geile Folge hier bekommen haben. Auch für diesen, ja, Endkampf. Und dass auch dieser Endkampf so kompakt war. Denn man hätte es sich jetzt einfach machen können. Man hätte jetzt sagen können, okay, komm, wir machen jetzt nur hier Asta, Vanessa und Finral gegen Veto. Dass die quasi den Kampf beenden. Aber dabei ist es nicht geblieben, Leute. Dabei ist es wirklich nicht geblieben. Denn wir haben noch Yami, den Boss quasi gesehen, der noch ins Geschehen mit reingekommen ist. Ja, Yami hat seinen Auftritt noch gekriegt. Und ich fand es ganz lustig, dass ja auch in dieser Folge das Ganze ein bisschen auf die Schippe genommen wurde. Weil die Leute sagen zu Yami, ey, warum bist du nicht schon vorher aus deinem Gefängnis da rausgekommen, wenn du das doch die ganze Zeit schon hättest machen können. Und die Frage ist äußerst berechtigt. Und Yami sagt einfach nur, ja, es gibt für alles einen Grund. Ja, das war natürlich diese Sache, wo man sich denkt, ja, Logik nach dem Motto. Aber man musste natürlich die Spannung aufrechterhalten. Ja, Asta und Co. mussten über sich hinaus wachsen, was sie alle getan haben. Jeder Charakter hat es in diesem Art getan. Und sie werden es in Zukunft auch noch mehr machen, Leute. Aber hier beendet Yami das dann auch mit unglaublich geilen Animationen, Leute. Schon wieder, muss ich es sagen, ja. Und die Animation von Yami in dieser Folge, wo er gekämpft hat. Krank, krank einfach, Leute. Ja, wie geil das gemacht wird. Wichtig auch noch, die Musik, Leute. Ich habe vor, was war es, vor drei Wochen, vier Wochen, habe ich mich beschwert. Habe ich gesagt, dass Black Clover einen gesichtslosen Soundtrack hat. Dass es in Black Clover keine guten, ja, Musikstücke gibt, die sich in den Kopf einprägen. Ja, wo man sagt, ey, das ist ein Track von, das ist ein Track von Black Clover. Der ist geil, den höre ich mir auch gerne mal an, wenn ich Sport machen gehe oder sonst was. Gab es nicht vorher, ja, den gab es einfach vorher nicht wirklich. Oder vielleicht gab es sie, aber wir haben davon in der Serie nichts gehört. Und auch in dieser Folge und in der letzten Folge, die wir auch schon hatten, hat einfach alles gestimmt, Leute. Die Musik ist auf einmal da und sie ist auf einmal gut. Und das finde ich auch mega krass. Und das muss man einfach mal betonen, dass jetzt hier so langsam alles in Schwung gerät. Animation, Musik, ey, was ist hier los? Was ist los, Studio Piro? Was macht ihr da auf einmal? Muss man einfach mal so fragen. Und das Ganze ist einfach sehr, 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 sehr knackig und kompakt gewesen. Animation, auch der Kampf, der dann beendet wurde. Und Veto ist jetzt absolut am Ende. Und auch wie Yami am Ende Veto einfach, bam, in der Mitte quasi schon, ja, fast zerteilt hat. Einfach mega gut. Natürlich gab es hier auch noch einen kleinen Story hin, wo ich mich immer frage, auch wenn ich Manga-Leser bin, mich immer frage, war das so auch im Manga? Ich spreche hier natürlich die Szene an mit Veto und Licht, ja, wo wir sehen, dass Veto früher, sage ich jetzt mal, gar nicht so aussah, wie er jetzt aussieht im Anime. Und wir sehen ja schon, dass Licht spitze Ohren hat, dass er sehr wahrscheinlich ein Elf ist, ja, sollte eigentlich schon so gut wie klar sein. Und bei Veto ist es offensichtlich auch so gewesen. Wir sehen, dass hier eine Dramatik ist bei den Elfen, dass irgendwas passiert sein muss, ja, dass irgendetwas hier passiert sein muss und dass auch eine Abneigung gegen Menschen da ist. Das ist ganz klar ersichtlich und dahingehend baut sich auch jetzt nach und nach alles in Black Clover auf. Da könnt ihr euch drauf freuen. Es wird, es wird noch deep, Leute. Ja, man mag es nicht, man mag es nicht glauben, aber Black Clover hat eine geile Story und das sage ich euch auch hier an dieser Stelle. Wartet's ab, der Anime geht weiter, ihr werdet alles noch erleben. Und hier rede ich natürlich auch noch über einen, einen wichtigen Punkt und das ist natürlich die Sache mit der Dämonenform von Asta. Da haben sich viele gewünscht, dass man die endlich mal sieht. Ich habe von euch Kommentare gekriegt, ey Kev, spoiler mich mal. Sagt mir mal, ob in diesem Arc noch die Dämonenform von Asta kommt. Ich halte sie nicht mehr aus, ich will sie endlich sehen. Sie wird seit der ersten Staffel, seit der ersten Folge wird sie geteased, kommt sie noch. Und immer wieder musste ich euch sagen, nee Leute, nee, die kommt nicht mehr, die werdet ihr nicht mehr sehen in diesem Arc. Hier wurde es, glaube ich, ein bisschen anders gemacht als im Manga, zumindest ein bisschen deutlicher, sagen wir es so. Ja, als dieser Dämon so wirklich hervorkam bei Asta. Das war, glaube ich, nicht in dieser Form im Manga. Ich kann mich täuschen, ist, wie gesagt, schon eine Weile her, dass ich das da gelesen habe. Aber trotzdem ist es nicht das gewesen, worauf ihr wartet. Das, worauf ihr wartet, das wird noch kommen, Leute. Und das wird in zwei Arcs kommen. Also nicht der nächste Arc, der kommt, sondern der übernächste. Ich weiß, jetzt mag jemand sagen, hey Kev, du hast mich hier gespoilert, aber ihr fragt mich eh immer. Und ihr habt was, worauf ihr euch freuen könnt und ihr seid nicht so enttäuscht. Ihr seid in diesem Arc nicht mehr enttäuscht und ihr werdet auch im nächsten Arc nicht enttäuscht sein, weil ihr euch die ganze Zeit denkt, kommt jetzt endlich die Dämonenform von Asta. Leute, wartet ab. Ihr werdet das Ganze noch sehen, wie sich das Ganze entwickelt, was das Ganze ist, werdet ihr noch an dem gewissen Punkt sehen. Ich fand es auch interessant, dass Veto das nochmal angesprochen hat bei Asta, als er diese Aura um Asta sieht, dass er sagt, du bist kein Elf, du bist kein Mensch, Punkt, 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 ja, es wird nicht gesagt, was er ist. Wartet's ab, Leute, Hype, einfach nur, einfach nur Hype, mega geil. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Und ich freue mich jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr, dass Black Clover weitergeht, denn vorher war es so, dass ich mir gedacht habe, ja gut, Black Clover endet bei Folge 51. Es endet quasi da, wo es erst richtig abgeht. Aber jetzt, jetzt, wo wir wissen, dass es noch weiter vorausgeht, wird es einfach nur unnormal gut, Leute. Ja, ich freue mich darauf und ich hoffe, ich bete, dass die Animationen zumindest, zumindest in den wichtigen Szenen so bleiben, wie wir sie in dieser Folge hatten. Das würde mich mega freuen. Es wäre einfach, es wäre einfach das, was Black Clover verdient hat. Sage ich ganz klar. Ich bin ein Black Clover-Fan, ich bin ein riesen Black Clover-Fan. Ich lese jede Woche den Manga, ich kaufe mir immer den Manga, wenn er kommt und ich gömme natürlich auch immer die Episoden. Und vielleicht gibt mir Studio Pirot ja dadurch auch den Anreiz, mal wieder jede Woche eine Review zu machen, denn in letzter Zeit, ich habe es ja schon mal gesagt, die Reviews mache ich halt nicht wöchentlich. Weil manchmal wenig Content in den Folgen drin ist und es würde mich natürlich freuen, wenn das Ganze ein bisschen kompakter gefüllt werden würde und wir dadurch ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Sache hätten und auch ich ein bisschen mehr Spaß an der Sache hätte, wenn es geiler animiert ist und wenn einfach alles stimmt. Von Musik, Animation und auch Story, das wäre eine geile Sache. Aber gut, Leute. So viel zur Review der heutigen Folge. Das ist quasi auch das Ende des Arcs. Es sind jetzt noch zwei Folgen. In zwei Folgen ist der Arc komplett abgeschlossen. Ich denke mal, wir werden jetzt noch so das Abklingen des Arcs haben in den nächsten zwei Folgen. Und danach gehen wir schon in den nächsten Arc über, der auch schon sehr, sehr nice werden wird. Aber es wird nur ein kleiner Arc, Leute. Also es wird nur ein kleiner Arc. Ihr werdet nicht so lange warten müssen auf die Form von Asta, auf die ihr wartet. Es wird ein kleiner Zwischen-Arc werden, sage ich jetzt mal, der trotzdem ziemlich geil ist. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, was da auf euch zukommt. Aber trotzdem, jetzt müssen wir abwarten, wie es weitergeht. Und ja, Leute. Falls euch diese Review gefallen hat, dürft ihr das Ganze natürlich gerne mit einem Like supporten und auch kostenlos abonnieren. Falls ihr das nicht schon getan haben solltet, schreibt mir eure Meinung zu dieser Folge, zu den Animationen unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Denkt ihr ähnlich wie ich? Habt ihr das so aufgenommen wie ich? Alles gerne in die Kommentare hauen. Und ja, für alles weitere soziale Medien, wisst ihr Bescheid, Twitter, Instagram und Discord unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei, da poste ich auch immer wieder was, wenn ihr auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir hören uns spätestens im nächsten Video wieder.